Wir kommen zu spät zu einer Auktion, wo der Wagen versteigert wird vom Zoll, den er abgefangen hat, weil da 20 Kilo Koks drin sind, die haben 20 Kilo gefunden, 50 sind noch drin, das wissen wir, wir wollen den Wagen ersteigern, kommt zu spät, die Figur Meike hat den Wagen gekauft, wir wollen ihr den abkaufen, freundlich und nett und wir bieten ihr deutlich mehr, am Schluss 10.000 für einen 6.500 ersteigerten Wagen, lässt sich nicht drauf ein.